Naja, warum soll ich nicht hier sein? Natürlich nutze ich diese Gelegenheit, um gegen diese Regierung zu protestieren. Ich meine, warum soll ich das nicht tun? Also jeder vernünftige Mensch sollte ja heute hier sein. Wir haben das organisiert, weil wir es total wichtig finden, dass viele Leute zusammenkommen und ein Zeichen setzen und lautstark zum Ausdruck bringen, was ihnen missfällt an der Politik dieser Regierung, aber auch was wir für Alternativen wollen. Wir haben mitbekommen einfach, dass es viele Menschen gibt, die erstens sehr betroffen sind von dieser Politik und die etwas tun wollen und wir wollen mit diesen Donnerstagskundgebungen und Demos und verschiedenen Dingen da ein Format eben schaffen, wo sich viele beteiligen können. Wenn das auch dein Kampf ist, dann haben wir den Kampf nicht verloren. Wir wollen die Regierung weghaben. Es ist eine Frechheit, was die für eine Politik machen, aber über das hinaus soll es auch darum gehen, wie die Zukunft aussieht. Unser Widerstand war nicht umsonst und wir sind nicht umsonst gewohlen. Ich engagiere mich, weil ich es total wichtig finde, dass breiter Widerstand aus der Zivilgesellschaft entsteht, dass es kreative und vielfältige Protestformen gibt und dass einfach gegen die momentanen Entwicklungen und Maßnahmen der Regierung etwas passiert und lautstark klar gemacht wird, dass es einfach einen Großteil der Bevölkerung gibt, die nicht im Konsens damit sind. Ich bin heute hier, um gegen die derzeitige Regierung zu demonstrieren, weil die mit ihren letzten Aktionen und auch politischen Statements, die sie ablassen haben, einiges getan haben, für das wir nicht stehen. Wir demonstrieren gegen die Regierung und was hier zurzeit abgeht in Österreich, insbesondere was der Kickl sich leistet mit den Zeitungen und so. Weil wir aus der Geschichte gelernt haben, darum sind wir da. Weil ich diese Regierung verabscheue. Wie lange sollen wir noch wandern? Wie lange wird unsere Freiheit noch stören? Es gibt die Regierung, zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!